Ja, Freunde, willkommen zurück zu Mario & Luigi Dream Team Ross. Wir sind in der Traumwelt und müssen Traumfall erst kaputt machen, damit wir zu Bowser gelangen. So einfach ist das. So. 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 Äh, wo geht's denn? Ähm, das mache ich einfach mal. Ach nee, diesen Angriff kann ich nicht. Jetzt ist Mario bewegungsunfähig. Warum können die überhaupt Feuer spucken? Das sind scheiß Elektroroboter. Oh. Oh. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Oh, ja, beide reichen. Äh, noch nicht. Noch ein weiteres Level, dann reichen beide einen neuen Rang, den letzten Rang. Ach, scheiße. Toll. Da waren so gute Zahlen dabei. Gut, natürlich kriege ich die zwei, ist klar. Nein, da waren auch schon so gute Zahlen dabei. Ach, Menno. Ich kann's nicht fassen. Ich bin empört. Ja. Die anderen beiden müssen wir auch noch löschen. Und weiter geht's. Ich bin. Ich bin. Ich bin. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des 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 ZDF, 2020 Ich muss sagen, das Finale zieht sich auch in die Länge weiter. Aber bei Abenteuer Bowser ist das Finale noch viel schlimmer. Das ist wirklich... Bei Abenteuer Bowser ist das Finale wirklich sehr lange. Sie in die Länge gezogen. Durch sehr unnötigen Kämpfe und Minispielen. Hier geht es noch einigermaßen. Aber auch schon schlimm. Hier geht es noch einigermaßen. 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 Ich nutere ja управ incumb Untertitelung des ZDF, 2020 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 Hey, ich krieg hier noch die Träse langsam durch. Ich springe. Natürlich ist keiner gestorben, natürlich heint die sich auch, das ist ja nicht unfair. Natürlich, natürlich ist das nicht unfair, ist das nicht unfair. Ich springe. Ich springe. Gut, nur noch einen Traumförder löschen. Werde ich, glaube ich, wohl im nächsten Part machen. Nur noch eins, wir sind fast fertig. Ja, aber fast heißt eben nicht. Ja, aber fast heißt eben nicht. Ja, dieser Kampf noch, dann wäre ich den Part. Ja. 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 Nein. Ja. Ich hatte ja leider keine andere Wahl. Ich schaue diese Attacke. Ich kann die nicht. Gehe ich offen und ehrlich so, dass ich diese Attacke nicht kann. Ob es denn auch noch so viele gibt? ... ... ... ... Komm Kugel, komm Danke fürs Zusehen, lasst gerne ein Like da Bewertet das Video, könnt auch gerne in den Kommentaren schreiben und so Teil das Video mit deinen Freunden, Verwandten oder wen auch immer Abonnier den Kanal, aktivier die Glocke Kostenlos, auf YouTube ist das kostenlos Das Abonnieren Dann danke fürs Zusehen Und Egal ob Daumen hoch oder Daumen runter Mario und Luigi Dream Team Bros Wird immer bunter Bis dann und schau Natürlich Natürlich